So, wir sind in Hamburg. Hi, 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 ich war wieder in Hamburg. Das zweite war schon wieder. Ne, ich war hier mal, die müssen die Lage checken. Wieder ne, Alter. Aber Döner kriegst du nicht, glaube ich. Ja, einmal bitte rumfüllen, damit ihr sieht, was hier abgeht, Alter. Ja, wir sind jetzt in Hamburg und wir wollen auch auf den Hamburger Dom, Rathausplatz und auch am Hafen ein bisschen. Aber erstmal würde ich sagen, mal gucken, was hier so abgeht. Ja, Leute, check it out, yo. Erstmal gehe ich hier so lang, hier so rum und dann gehe ich hier so rum und dann habe ich Pech und dann gehe ich hier so rum wieder. Nein, da bin ich schon wieder. Ich bin's tatsächlich und bin immer noch in Hamburg. Erstmal fast zwei Sekunden her, ne. Habt ihr unten an, Herr Specker? Er ist voll in seiner Welt hier. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ok, das ist Kuxhafen von oben, wie ihr seht. Ja, that ist Kuxhafen von oben. Genau, das ist Kuxhafen von oben, wie ihr seht, ne, jetzt gehen wir mal ran hier Baby, jawoll. Google macht es möglich, ja, original, yeah, guck mal, alles flach, wow, yeah, ja, guck mal, wie schnell ich hier umdüsen kann, Alter, oh, überkommt. Boah, da kommt sie auch gerade nicht mehr mit hinterher, Alter. Ja, wir sind jetzt hier am Hamburger Hauptbahnhof und wir wollen jetzt gleich, ähm, Dom, Dom, ja, Dom, nicht Dom, sondern Dom und, ja, ähm, dann wollen wir auf jeden Fall nochmal gucken, wo wir noch hingehen, als da waren wir schon und, und, ja, checken wir mal die Lage ab, so hier, ne, check it out, peace out, yo, check it out, yo, yo. Alles, dass hier sind, ja, jetzt wieder raus. Ja, nein, die screenen. Oh, no, 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 honey, es weiß ich wir, wie, wie, wie. Gut, jetzt bin ich versuchet, dass, was hier passiert? Du spielst du nun? Hast du wieder ein Föhnchen? Du spielst du nun? Wir haben uns gerade Whisky Cola bestellt. Belletize. Wir wollen uns jetzt erst mal ein Geld. Weil wir schon ein paar Stunden unterwegs sind. Das heißt, wir werden uns jetzt erst mal was zwischen den Chiem kippen und entgegen über eine Weide. Aber nicht hier. Wir können es nicht vergessen. Haha, hey, hey. Ich bin auf dem Hamburger Dom und ja, ich habe gerade Whisky Cola bestellt und ich stehe drauf und es heiß ist. Was geht? Was geht bei dir denn arbeiten? Okay. Wir kommen hier! Ja! 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 Check it out, jo! Jo! Ja, wir sind jetzt hier in Cuxhaven wieder. Es ist so gut wie Mitternacht und ich wollte mich auf jeden Fall mal verabschieden. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Liken, danke fürs Kommentieren. und ja, das war's. Peace out, jo! Wir gehen erst mal eine Runde ratzen. Check it out! Jo! Jo! Juh! Lol! Jo! 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 Jo!